Ups, Britney hat es schon wieder getan. Naja, wahrscheinlich war es das erste Mal. TMZ berichtet, dass der Pop-Superstar in der Cheese Factory in Los Angeles war, für 22 Euro Essen bestellte, es aß und verschwand. Aber bevor du ihr die Handschellen anlegst, es war nur ein Unfall. Angeblich prellte sie die Zeche, weil sie dachte, dass ihr Bodyguard bereits bezahlt hatte. Offensichtlich bemerkte sie den Fehler. Und anstatt nur die 22 Euro für ihr Essen zu bezahlen, legte sie der Kellnerin noch 75 Euro Trinkgeld drauf. Wir schätzen, da Britney einen Wohnsitz in Vegas hat, kann sie sich so ein extra Trinkgeld locker leisten. Und wahrscheinlich weiß sie auch, wie wichtig Trinkgeld in der Service-Industrie ist. Scheinbar ist Britney recht spendabel. Wahrscheinlich hält sie sich an ihren ersten Hit, Tip Me Baby One More Time. Oder wie ging das Lied? Untertitelung des ZDF, 2020